Wir blockieren ganz Europa? Alle reden gerade über die EU-Lieferketten-Richtlinie. Die ist ja auch gut gemeint. Wer sich aber mit den Details befasst, merkt schnell, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Denn bei der Umsetzung droht ein Kollateralschaden für die Menschenrechte. Wieso das so ist, erkläre ich euch jetzt bei... 3 Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Wir alle wollen, dass die Umwelt und Menschenrechte geschützt werden. Aber wie können wir sicherstellen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt? Um diese auch effektiv zu schützen, darf die Wirtschaft nicht von übermäßiger Bürokratie erstickt werden. Denn dadurch läuft man Gefahr, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was man eigentlich erreichen möchte. Wenn sich deutsche und europäische Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern aufgrund zu hoher Auflagen zurückziehen, dann treten an dieser Stelle solche, denen die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards völlig egal ist. Zum Beispiel aus autokratischen Staaten. Es ist möglich, Lieferketten zu gestalten, die sowohl ethischen Standards als auch wirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden. Aber eben nicht mit dem aktuellen Entwurf aus Brüssel. Das Ziel der EU-Lieferketten-Richtlinie müsste es sein, dass es Unternehmen einfacher gemacht wird, ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Die Zeit bis zur nächsten Abstimmung wird also zeigen, ob es bei ideologischen Lippenbekenntnissen bleibt oder ob es um Sachargumente gehen soll.